Die Kieselsteine Das war ein Diggerbrocken Könnte sein, dass es der Stammesbomb war, egal Hauptsache nicht von den Außenposten Nee, das war der in der Mitte stand noch Der eine Oh, ich muss mal hier schlürfen So, Wasser Ich brauche hier die Außenposten weiter fertig So viele durften doch gar nicht mehr haben Also auch diese Holzwände mach ich Dass man nicht runterfällt Eik, fällst du gerade Bäume? Ja Ok, dann komme ich mit dem Wagen Mäp Mäp Ja, hier ist nochmal ein Ah, hier müsste man per Axt machen Oh Mist Ja, ich kann die schon mal Was machst denn du da für eine Action? Oh 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 Was? Doch, nee Damit du nicht so weit rennen musst, weißt du Ich könnte es in die andere Richtung fallen lassen Ich könnte es in die andere Richtung fallen lassen Äh Gut So, der war wieder voll Läuft die Aufnahme jetzt weiter Ja Shit Ich drücke schon wieder Scheiße, schon wieder die falsche Taste gedrückt Ich minimiere gerade die ganze Zeit mein Spiel Was machst du? Ich minimiere gerade die ganze Zeit mein Spiel Ich drücke die Windows-Taste Ah, hier Ja Aber toll, toll, toll Aufnahme läuft weiter Ich hab ja nicht mal die andere Äh, Ding Hätte ich Äh, die andere Ich hab Federn Äh Ich hab bis jetzt noch eine Folge Also, geschnitten und so Echt? Ja Schon wieder die scheiß Windows-Taste Mann Es ist aber ein Wunder Es ist aber ein Wunder dass die Aufnahme weiterläuft Normalerweise beendet die sich Ich glaube, dass aber niemand den Desktop-Hintergrund sieht Ey Jetzt Jetzt hab ich die Schnauze voll Ich hab so gerade die Schnauze voll Das ist gerade eine richtige Fail-Folge bei mir In drei Minuten viermal auf den Desktop gewechselt Respekt, wer es selber macht Kennst dich wohl aus Respekt, wer es selber macht Der ich? Ja Nö Sicher Sicher Dieser blöde Baum ist Palim, 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 palim Da steht dann auch noch Ich mach mal ganz kurz die Baumstümpfe hier draußen weg Und hier ist kein Ausguck, sie läuft So Und tschüss Da geht's Hier draußen noch nichts No Okay Wollte ich schon so nebenbei angemerkt haben Ja Vor dem Tor liegt eine Karre und einen mit manchmal frage ich mich echt wie die angeblich reinkommen sollen nicht schon wie ein Toten die springen über die Bäume oder die Kurser und die Klinik an der dritten aber wo er keinen da gesehen und er steht wir haben aber auch mit dem Höhlen eingangs eingebaut das hier und das wollen wir automatisch ist doch groß, haben wir gratis Zeug ich weiß gar nicht welche Höhle das ist ich sehe nur Bäume fallen solange es bei Baumfeld bleibt und nicht irgendwann Eichfeld draus wird nein aber hier gibt es halt eine ganze Menge Holz und ich höre was was ja ein Typ der bei mir gerade abgeschlachtet wurde ok solange es nicht bei mir ist ach ich habe nur einen typen der Kalken geschlachtet was war los ist gerade ein Baum gefallen ja es fällt gleich noch einer ja uff und gleich noch einer ist sie tot ach wir brauchen mehr Karren nachschub vor allem hier ist auch kein Tor doch hier bei mir bei mir ist eins das Problem ist ich weiß nie wo ich die hinten hier hinten kannst du direkt weiter bauen beim Tor wo ich bin ja ok da muss noch gebastelt und gebaut werden und ja gut dann schiebe ich auch die andere Karre noch mit dabei so jetzt mache ich erst mal die Baumstümpfe kneten da draußen stimmt ja wir brauchen zwei Benken nur mach ich gleich äh ich ne warte mal ähm ach ne die Person spielt ja nicht mit die bräuchte eine Bank für sich alleine wer braucht sowas für sich alleine? ne ne nicht ich höre hier irgendwas irgendwann will der Baumstümpfe hier nicht kaputt gehen das Arschloch jetzt kommt die von hinten die magst du vielleicht von warte mal was? was? oh hier steht ein Wagen ich leite Markus aus die ist nackisch ja dann los nicht nackisch meine ich ganz nackisch äh hau ab Hilfe 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 da hinten steht der Mann äh bei mir ist einer mit Maske auf Hike oder? der kommt aus Lustverdagnis hat der eine Maske hat der eine Maske es war ein ganz normaler grauer Dude der läuft weg von mir gut so besser so ey Melvin ganz ruhig ganz ruhig ja also keine Aggression die müssen bewältigt werden bau die Mauer weiter ich bin dabei ich bin dabei Eike schau mal hier hinten hinten entsteht schon gut vater ja ich mach grad die Baumstümpfe weg sonst sind in der nächsten Nacht die ersten Bäume wieder da ist doch gut dann kannst du wieder springen ich ja könnte ich aber will ich nicht weil dann haben wir wieder Besuch in der Base Hallo ich bin der Besuch ist noch irgendein Baumstumpf? nur zur Info die Leiche die vor meinem Zelt liegt nicht weg machen warum? oh man das ist warte mal das ist zu heftig das ist zu heftig ich hol mal noch einen Wagen von hinten ja ihr habt's euch alle irgendwie mit von hinten kann das sein? oh Gott ich hab ne Maus umgebracht ist das schlimm äh was? wir haben mal Kannibalen umgebracht ja? das ist schlimmer vor allem Maus ich weiß hier gibt's keine Mäuse komm mal zu mir das ist bestimmt ein Kanickel ne ne Maus komm mal zu mir jetzt muss ich auch dahin ich hab keine Ausdauer Alter ist doch ein Nickel hier das ist das ist ein Eichhörnchen oh Seilwort hey guck mal da immerhin komm mal ich hab den Kopf ich hab den Kopf hier frisch ja oh mein Gott ja die bleibt auf jeden Fall da Eichhörnchen ist hier hier oh wie süß Eichhörnchen Eichhörnchen das sieht doch falsch aus ne was ist Warte, 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 hier, sie kriegt einen neuen Kopf, jo, daneben gefallen, egal, es wird auch, jo, du hast nicht für Wend und Kopf in deiner Hütte liegen, ich kann nicht mehr, Hilfe, ich bring mal den zweiten Wagen zur Explosionsstelle, um eventuelle Verletzte zu bergen, oder auch Stämme, ich hab schon Tränen in den Augen, Eich, du musst doch nicht weinen, es geht nicht anders, das ist einfach nur zu dämlich gerade gewesen, hier, ich hab einen neuen Wagen gebracht, hier, der Wagen, äh, bringst du den mal bitte hierher, denn hier liegt das Holz, der steht, pff, wie hat da ja noch einen Wagen stehen mit Holz, da, hier kommt noch einer, das reicht, was, warte mal, wir müssen in die Base rein, nicht raus, hä, was ist mit dem Busch los, wir müssen aus der Base raus, du Genie, welchen Busch, aber apropos, sag mal, deine kopflose Freundin, die hat Haare auf dem Kopf, hat die auch noch, hat die auch noch woanders Haare, wie unterm Arm, zum Beispiel, was, ich höre, ihr habt Spaß, meiner, du musst erst mal ne Pause machen, meiner selbstgebauten Bank, ha, du hast ne Bank gebaut, ja, guck, ist da auch Geld drin, äh, äh, ich sehs, krass, hat der Vogel sich ernsthaft nimmt, deine kopflose Freundin gesetzt, lass sie da, guck mal, das ist doch ne schöner Bank eigentlich zum, äh, zum kleinen Teil hier, äh, ist die Bank männlich? Äh, ich kann den Kahn hier nicht mehr aufheben, tut mir leid, das muss einer von euch machen. Was musst du? Ich kann den Kahn nicht mehr aufheben, der liegt so ganz komisch, eingebaut in der Mauer. Geht man näher an meine kopflose Freundin, hört man fliegen. Äh, dann sollte die sich vielleicht mal waschen? Kann sie in den Fluss schmeißen? Ja, okay, man kann die Karre wirklich nicht mehr aufheben. Warte doch, das geht, das geht, stopp! Das geht NICHT! Es geht! Mann, alles klar, du warst krass, krass in der Wand. Ich bin, wow, aah! Äh, ja, ich sag nix dazu. Ich hab das Teil aus dem Boden gezogen. NICHT! Okay, dann nimm den. Ne, das war jetzt hier noch ne Baumstumpf? Ne. Hup! Boah, jetzt hat mein Heini noch ein Knochen in der Hand, ich brauch ne Axt. Jo, bring das Holz einfach nach da hinten, ich verarbeite das dann schon. Ne, ich brauch ja, äh, wieder nen Kahn, das geht ja weiter hier bei mir. Hast du die Teile alle voll oder wat? Die waren voll, ich hab schon wieder zu dir ausgeleert. Ach, dumm ist der, der da hinten hingefahren ist. Ja. Ähm, hier. Also, Holz sammeln. Ja, warte, passiert gleich. Okay. Ich hol mal mein Dynamit raus. Ja, bin ich auch grad dabei. Jo, wo habt ihr das denn her? Bei welcher, von welcher... Wenn man dann gerne mal geht. NEIN! Ich hab unseren Ausguck in die Luft wieder. NEIN! Ist das dein Ernst? Das ist die Gesunde! Meine harte Arbeit! Also meine harte mitgeholfene Arbeit. Egal, der Bausatzführer. Nein, was hast du getan? Jetzt muss ich im anderen Ausguck leben. Malvin, war das nicht der Baum, der angehittet war beim letzten Mal? Uff, weiß ich nicht. Ich glaub schon. Jetzt muss ich im anderen Baum leben wegen dir, Ike. Du lebst in einem Baum? Den Baum stumpf aber nicht abholzen, denn... Dann wächst er nach. Genau. Trotzdem, ab sofort wohne ich in einem anderen Baum. Der hat wenigstens auch was, wo man was lupen kann. So, und ich fäll die nächsten Bäume. Hier draußen kann Holz geholt werden. Nur mal so zur Info. Bei mir aber auch. Holz! Meins kullert aber zum Strand runter. Oh. Deines wird gerade zum bauen verwendet. Meins darf nicht respawnen. Die spawnen meinst du wohl? Ja, die spawnen. Alter! Achso, in der Base liegt auch wieder Holz rum. Ja, ich fang gerade schon mit dem Tor an. Wollte ich schon mal so angemerkt haben. Oh, da... Ja, das ist gut, da kann ich daneben, äh... Fackeln aufbauen. Ah!